Moin, ich bin Tobi und ich komme aus dem Norden. Und ich bin Marius und ich komme aus dem Südwesten. Bei unserem Podcast, der Pilzkompass, starten wir immer mit einer kleinen Smalltalk-Runde und widmen uns dann einem Großthema. Heute sind das die Röhrlinge. Bei unserem Podcast-Format haben wir uns dafür entschieden, dass immer eine Person eine Folge vorbereitet. Deswegen ist es auch immer so, dass die eine Person immer eher eine untergeordnete Sprechrolle hat und der andere mehr erzählt. Diese Folge hat der Marius vorbereitet und deswegen übergebe ich das Wort gleich an ihn. Also Marius, hast du in letzter Zeit was Schönes gefunden? Wir haben gerade Anfang Mitte August und so vor einer Woche gab es hier im Südwesten, im Saarland ganz viel Regen und seitdem gibt es eigentlich erst Pilze hier. Was ich jetzt schon ganz viel gesehen habe, sind Täublinge. Also die kamen jetzt richtig gut raus. Auch einige Champignons habe ich schon gesehen. Und ich hatte auch letzte Woche schon so viele Pilze gegessen, dass ich schon gar keine Lust mehr drauf hatte. Was habe ich denn alles gefunden? Fleischroten Speisetäubling, harter Zinnober-Täubling, schatzender Kamm-Täubling. Also so die typischen Sommertäublinge. Und ansonsten noch ein paar Röhrlinge. Da habe ich jetzt auch schon die ersten gefunden und auch ein paar Pfifferlinge. Genau. Wie war es denn bei dir? Was hast du so gefunden in letzter Zeit? Ja, also bei uns hat es ja auch erst kürzlich so richtig gut angefangen zu regnen. Und sag ich mal, vor einer Woche war ich dann auch mal wieder draußen. Da gab es einige Filzröhrlinge, ein paar Wulzlinge, vor allem Perlpilze und graue Wulzlinge. Ah, lecker. Aber auch viele, viele Täublinge. Vor allem die Zinnober-Täublinge zeigen sich dieses Jahr bei mir ziemlich gut. Cool. Ja, habe auch ein paar schöne Fotos gemacht. Und dann war ich ja letzte Woche in Baden-Württemberg auf einem Pilzkurs. Und da gab es nochmal eine richtige Schwämme an Artenvielfalt. Also da war wirklich alles dabei. Glockenstiegige Hexenröhrlinge waren dabei. Da war Anhängselröhrling hatte ich. Was? Goldhäubling hatte ich zum ersten Mal. Ja, das war auch cool. Den würde ich auch voll gerne mal finden. Ja, der sieht richtig schön aus. Das glaube ich. Maronen haben sich auch schon gezeigt. Aber auch einen geilen Röhrling. Den wäre vielleicht auch noch drauf ein gleich. Ja, und halt viele Täublinge. Richtig cool, ja. Ich finde, daran sieht man ganz schön, dass der Sommer so eine typische Täublingszeit ist. So der Spätsommer. Ja, auf jeden Fall. Normal geht es eigentlich schon früher los, aber es war echt trocken. Ja. Hier noch ein kleiner Teaser. Die Täublinge, um die wird es in der zweiten Folge gehen. Also, wenn euch das Thema Pilze interessiert, dann folgt gern diesem Podcast hier zum Beispiel auf Spotify. Dann sehen wir nämlich auch immer, wie viele Leute uns regelmäßig zuhören. Und das hilft uns einfach besser zu planen. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal auf das Hauptthema unserer ersten Folge zu. Die Röhrlinge. Marius, was ist denn überhaupt ein Röhrling und wie erkennt man die? Ja, Röhrlinge, die sehen aus wie so ganz typische Pilze. Also haben einen Hut und haben einen Stiel. Das Allerwichtigste beim Pilze bestimmen und beim Pilze erkennen ist die Hutunterseite. In der Fachsprache heißt die Fruchtschicht. Und bei den Röhrlingen, wie der Name sagt, die Fruchtschicht besteht da aus Röhren. Also wenn man das an der Seite aufschneidet, sieht das aus wie viele kleine Rohre, die da raushängen. Und da produzieren die Pilze ihre Sporen, um sich zu verbreiten. Viele kennen die Röhrenpilze unter einem anderen Begriff, nämlich die Schwammpilze. Das ist einfach das Gleiche, nur ein anderer Name. Das Pendant zu Röhrlingen sind die Lamellenpilze. Die haben auf der Hutunterseite Lamellen. Das heißt, einen Röhrling erkenne ich, indem ich auf die Hutunterseite gucke und mir anschaue, was er da für eine Fruchtschicht hat. Wenn es Röhren sind, dann ist es ein Röhrling und wenn es Lamellen sind, dann ist es ein Lamellenpilz. Ich hatte neulich einen Baumpilz, der war relativ fest. Der hatte auch Röhren. Ist das jetzt auch ein Röhrling? Ne, das unterscheidet man nochmal. Es gibt Röhrlinge und es gibt Porlinge. Die Porlinge haben auch auf der Unterseite so Löcher, aber du kannst sie nicht abfummeln oder abkratzen mit einem Messer. Die sind halt fest mit dem Hutfleisch verwachsen. In den meisten Fällen sind die auch in der Konsistenz fester und das Wachstum ist auch anders. Ganz wenige Porlinge haben einen Stiel. Die meisten wachsen wie so einen Dachziegel übereinander. Und dementsprechend kann man die relativ easy unterscheiden, Porlinge und Röhrlinge. Wir haben euch hier in den Podcast auch noch ein paar Bilder eingefügt. Hier dieses Bild, das ist ein Röhrling. Ihr seht dieses typische Wachstum in Hut und Stiel. Und das hier, das ist ein Porling, ein typischer Porling. Da seht ihr, der hat keinen Stiel, sondern nur einen breiten Hut. Alles klar. Und wie kommst du jetzt ausgerechnet auf das erste Thema, dass das Röhrlinge sein sollen? Ja, das war eigentlich super naheliegend, weil Röhrlinge die besten Pilze für Neulinge sind. Weil bei den Röhrlingen, da gibt es keine tödlich Giftigen hier bei uns in Deutschland. Und die lassen sich auch mit etwas Übung relativ gut bestimmen. Die Gruppen bei den Röhrlingen, die sind auch relativ eingängig, finde ich. Als Anfänger lohnt sich das, sich erstmal auf Röhrlinge zu konzentrieren. So habe ich auch das Pilzesammeln gelernt, indem ich bei den Röhrlingen angefangen habe. Du hast gerade erwähnt, dass man die Röhrlinge zur besseren Orientierung in Gruppen einteilt. Ich zähle mal kurz auf. Da hätten wir einmal die Dickröhrlinge, die Rauschtierröhrlinge, die Schmierröhrlinge und die Filzröhrlinge. Ja, das sind die wichtigsten. Ich fange mal bei den Dickröhrlingen an, weil da gehören die bekanntesten Speisepilze, die fast jeder kennt oder schon mal gesehen hat, dazu. Zum Beispiel der Steinpilz ist ein typischer Dickröhrling. Bei den Dickröhrlingen ist es ganz typisch, dass sie eher dicke Stiele haben. Ich sage immer so Daumendick oder noch dicker. Gerne auch mal zwei Daumendick. Auch ganz typisch für die Dickröhrlinge ist, dass der Stiel oft mit so Strukturen versehen ist. Also zum Beispiel mit einer Netzzeichnung oder mit Flocken oder sowas. Und außerdem sind die Dickröhrlinge sehr auffällig. Also wenn man durch eine Wiese geht oder durch den Wald, dann sind das ziemlich große, breite Hüte. Und die fallen schon von Weitem auf. Und deswegen sind die auch sehr interessant für Speisepilzsammler, weil die halt auch einfach recht groß werden. Neben den Dickröhrlingen gibt es noch die Rauschtierröhrlinge. Die unterscheiden sich von den Dickröhrlingen vom Erscheinungsbild schon deutlich. Die sind nicht so dick und plump, sondern eher lang und dünn, also schlank. Und können auch ruhig mal größere Hüte werden. Aber ich finde vor allem die Stiele sind echt auffällig lang bei denen. Und Rauschtierröhrlinge deswegen, weil sie einen rauen Stiel haben. Das heißt, wenn man da drüber fährt mit dem Finger, fühlt sich das an wie so Schmirgelpapier oder sowas. Also es ist einfach eine raue Oberfläche. Dann gibt es noch die Schmierröhrlinge. Die sind etwas kleiner und haben auch tendenziell eher kürzere Stiele. Und werden auch nicht so groß wie die anderen beiden Gruppen. Schmierröhrlinge wachsen ausschließlich bei Nadelbäumen. Und werden so zwischen drei und acht Zentimetern groß. Sie erkennt man vor allem an ihrem schmierigen Hut. Besonders auffällig ist das nach dem Regen. Dann ist das wirklich wie so ein Schneckenschleim, der auf dem Hut drauf ist. Bei Trockenheit sind diese Hüte oft nur so leicht glebrig. Die letzte wichtige Gruppe sind die Filzröhrlinge. Die sehen vom Äußerlichen den Schmierröhrlingen ziemlich ähnlich. Nur, dass die Hüte nicht schmierig sind, sondern ja so filzig, also eher trocken. Auch sich so ein bisschen rau anfühlen. Die Filzröhrlinge sind so ein bisschen die unscheinbarsten Röhrlinge. Sie sind auch relativ häufig, aber die sind so als Gruppe mit am schwersten zu fassen, da die auch recht variabel sind. Ja, jetzt hast du uns ja schon einen richtig guten Überblick gegeben, was es alles so an verschiedenen Röhrlingsgruppen gibt. Also vielleicht nochmal ein bisschen näher ins Detail gehen, so ein paar Beispiele nennen. Auch giftige Dickröhrlinge gibt, aber nur giftige Dickröhrlinge. In den anderen drei Gruppen, da gibt es gar keine Giftpilze bei uns in Deutschland. Und deswegen legen wir mal den Fokus besonders auf die Dickröhrlinge. Ich habe eben ja schon erwähnt, dass die Dickröhrlinge äußerlich eher so plump wirken. Also dicke Stiele, aber auch gern große, breite Hüte. Die Stiele sind oft, nicht immer, aber oft im Vergleich zum Hut relativ kurz. Die Dickröhrlinge wachsen sowohl im Laub als auch im Nadelwald und sie sind alles Mykorrhiza-Pilze. Das heißt, sie wachsen mit Bäumen in Symbiose und brauchen dann auch bestimmte Baumpartner als Begleiter. Zum Beispiel der Fichtensteinpilz, der ist Mykorrhiza-Begleiter von der Fichte. Oder der Kiefernsteinpilz, der ist Begleiter von der Kiefer. Oder der Fahleröhrling, der ist ein Begleiter von Eichen. Also wenn man diese Pilze suchen und finden möchte, dann muss man im Wald suchen. Die beiden wichtigsten Bestimmungsmerkmale bei Dickröhrlingen sind die Fruchtschicht, also die Hutunterseite und der Stiel. Bei der Fruchtschicht, also den Röhren, da gibt es einige Möglichkeiten. Ich nenne euch hier mal die wichtigsten. Die Röhren können entweder gelb sein, sie können olivfarben sein, sie können weiß sein, sie können rosa sein, sie können orange sein und sie können rot sein. Ja, also die Farbvielfalt ist da wirklich sehr groß bei den Dickröhrlingen. Wichtig für Pilzneulinge zu wissen ist, dass nur die Röhlinge mit roten Röhren, dass die potenziell giftig sein können. Alle anderen Röhlinge sind nicht giftig. Da muss ich dich kurz mal unterbrechen, Marius. Wie unterscheide ich jetzt die giftigen Dickröhrlinge von den Speisepilzen? Ich hatte ja eben schon gesagt, dass die Röhrenfarbe ziemlich wichtig ist. An der Röhrenfarbe kann man es schon mal erkennen, nämlich nur die Röhlinge mit roten Poren. Poren, so nennt man die Enden dieser langen Röhren. Also wenn man den Röhling an der Seite durchschneidet, dann sieht man ja diese langen Röhren. Und das Ende der Röhren, das hat oft nochmal eine andere Farbe als der obere Teil dieser Röhre. Und nur die mit roten Röhrenendungen, die sind potenziell giftig. Zu den rotporigen Dickröhrlingen zählen zum Beispiel die Hexenröhrlinge oder auch die Satanspilze. Die essbaren Dickröhrlinge, wie zum Beispiel die ganzen Steinpilze, die haben keine roten Röhrenendungen. Die haben eine andere Farbe. Ein anderes wichtiges Erkennungszeichen bei den Dickröhrlingen, um die einschätzen zu können, ob die jetzt essbar oder giftig sind, ist der Stiel. Zum Beispiel Steinpilze erkennt man immer daran, dass sie ein weißes Netz an der Stielspitze haben. Und der ungenießbare Verwechslungspartner der Steinpilze, der Gallenröhrling, der hat zum Beispiel ein braunes Netz. Oder die Hexenröhrlinge, die unterscheidet man auch nach Stiel. Es gibt zum Beispiel den glattstieligen Hexenröhrling, den Netzstieligen Hexenröhrling oder den flockenstieligen Hexenröhrling. Je nachdem, welche Struktur man da sieht, hilft das einem nochmal, die Pilze genauer zu unterscheiden. Gut, ich denke, das haben die meisten jetzt eigentlich soweit verstanden. Aber kannst du den Zuhörern und Zuhörern nochmal genau sagen, welche Pilze bei den Dickröhrlingen jetzt giftig sind und welche man gut sammeln kann? Aber ja, klar. Die beiden wichtigsten Giftpilze bei den Dickröhrlingen sind der Schönfußröhrling und der Satansröhrling. Der Schönfußröhrling hat so einen grau-beigen, cremefarbenen Hut. Der hat jung, sehr hellgelbe Röhren. Im Alter werden die Olivfarben. Und er hat eine gelbe Netzzeichnung auf seinem Stiel und die Stielfarbe ist rot. Ein anderes gutes Merkmal, um den zu erkennen, ist der bittere Geschmack. Allgemein ist das eine wichtige Regel. Alle Dickröhrlinge, die man essen möchte, dürfen auf keinen Fall bitter schmecken. Also wenn man einen Dickröhrling gefunden hat und sich unsicher ist, kann man mal eine kleine Geschmacksprobe nehmen, so halbe Sekunde drauf rumkauen und dann wieder auspucken. Wir haben euch übrigens auch Fotos von den beiden Arten mitgebracht. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr euch das dann noch besser vorstellen könnt. Der Satansröhrling, der hat so eine ähnliche Hutfarbe wie der Schönfußröhrling, also so Kalkweiß, Grauweiß, Cremeweiß. Er hat aber andere Röhrenfarben. Die Röhren beim Satansröhrling sind rot bis so orange-gelb-rot und im Alter werden die wie bei fast allen Röhrlingen Olivfarben. Der Satansröhrling hat außerdem einen ziemlich auffälligen Geruch. Jung riecht er so nach Obst und alt riecht er wirklich eklig so nach Aas, nach toten Tieren. Der Satansröhrling hat auch eine Netzzeichnung auf dem Stiel und zwar das Netz hat eine rote Farbe. Und der Stiel, der ist auch so gelb-rötlich. Diese beiden Pilze könnte man zum Beispiel mit Steinpilzen verwechseln, wenn man wirklich gar nicht genau hinguckt. Aber das kommt tatsächlich immer mal wieder vor, dass auch zum Beispiel Satanspilze für Steinpilze gehalten werden und gegessen werden. Die wichtigsten Unterschiede sind hier vor allem die Röhrenfarben und die Stielfarben. Steinpilze haben nie rot am Stiel oder in den Röhren. Das sind so die wichtigsten Sachen, die man sich merken muss. Es gibt auch noch andere Satanspilzartige, sag ich mal. Es gibt zum Beispiel noch den falschen Satansröhrling oder den Wolfsröhrling oder noch ein paar andere, die wahrscheinlich auch giftig sind. Die sind allerdings sehr, sehr selten und es ist relativ unwahrscheinlich, dass man denen über den Weg läuft. Man kann sich generell merken, Röhlinge mit roten Röhren muss man mit Vorsicht genießen. Die einzigen Röhlinge mit roten Röhren, die man essen kann, sind die Hexenröhrlinge. An dieser Stelle noch eine wichtige Bemerkung. Die eben genannten Röhlinge sind zwar giftig, allerdings nur Magen-Darm-Giftig. Das bedeutet, es gibt keinen tödlich giftigen Röhling bei uns hier in Deutschland. Und deswegen sind Röhlinge auch nochmal so besonders interessant für Anfängerinnen und Anfänger. Wenn Pilze Magen-Darm-Giftig sind, bedeutet das, dass man nach relativ kurzer Zeit Verdauungsbeschwerden bekommt, Magen-Darm-Probleme, Durchfall, Erbrechen und so ein Kram. Meistens ist das nach einem halben Tag oder einigen Stunden dann aber wieder vorbei und ist wieder besser. Du Marius, bei den Dickröhrlingen ist das Blauen ja auch ziemlich wichtig. Kannst du dazu nochmal was sagen? Ja stimmt, das habe ich ganz vergessen. Der Schönfußröhrling und auch der Satansröhrling, wenn man die anfasst oder anschneidet, vor allem an den Röhren, dann fangen die so an, blau anzulaufen. Generell ist das weder ein positives noch ein negatives Zeichen. Also es gibt essbare Pilze, die blau anlaufen und es gibt giftige Pilze, die blau anlaufen. Aber es ist halt generell ein wichtiges Bestimmungskriterium. Und zum Beispiel bei Steinpilzen passiert das gar nicht. Also die laufen nicht blau an. Das hilft einem halt sehr dabei, den Pilz einzugrenzen. Aber es ist kein Entscheidungskriterium, ob er jetzt essbar ist oder nicht. Obwohl das im ersten Moment auch wirklich gruselig aussieht. Es wirkt eher so abstoßend. Aber das kann man sich wirklich merken. Das hat keine Aussage darüber, ob er jetzt essbar ist oder nicht. Wo wir gerade bei dem Thema blauen sind. Hexenröhrlinge hatte ich ja schon erwähnt. Das sind Dickröhrlinge mit roten Röhren, die allerdings schnell blau anlaufen und sehr intensiv. Die beiden wichtigsten sind hier der flockenstielige und der netzstielige Hexenröhrling. Das sind beides interessante Speisepilze, die von den meisten normalen Pilzsammlern gemieden werden, weil sie ziemlich kräftige Farben haben und für Laienaugen auch nicht besonders essbar aussehen. Aber die lohnen sich wirklich. Wir haben euch hier nochmal Bilder eingeblendet. Der flockenstielige Hexenröhrling, der wächst vor allem im Laubwald unter Buchen und Eichen, aber auch im Fichtenwald. Also es ist so ein richtiger Allrounder. Der hat einen wirklich schönen hellbraunen Hut. Der fühlt sich so an wie Leder und die Röhren sind jung, so orange-rot und im Alter Olivfarben. Auf Schnitt blaut der wirklich innerhalb von wenigen Sekunden sehr intensiv und der hat keinen auffälligen Geruch. Der riecht neutral. Das wichtigste Erkennungszeichen neben dem Hut und den Röhren ist der Stiel. Denn der Stiel beim flockenstieligen Hexenröhrling ist, wie der Name sagt, so mit Flöckchen übersehen. Das kann man auch fühlen. Das sind wie so kleine Schüppchen und die fühlen sich auch rau an. Und die haben eine rote Farbe. Von diesen unterscheidet man dann auch den netzstieligen Hexenröhrling. Der hat, wie der Name auch sagt, ein Netz auf dem Stiel. Ich habe den bisher nur in so Parks und sowas gefunden. Der wächst auch bei Laubbäumen und sieht dem flockenstieligen Hexenröhrling recht ähnlich, unterscheidet sich aber durch das Netz. Ich glaube, in vielen Filzbestimmungsbüchern steht beim Netzstieligen Hexenröhrling auch noch drin, dass der im Zusammenhang mit Alkohol auf jeden Fall giftig ist. Das stimmt auf jeden Fall nicht mehr. Also den kann man getrost zu sich nehmen. Der ist auch sehr lecker, wie ich finde. Ja, super, dass du das nochmal erwähnt hast. Dann würde ich sagen, dann widmen wir uns jetzt mal nochmal der einfacheren Kost. Wir schauen uns jetzt mal noch die Steinpilze und ihre Verwechslungspartner an, weil das ja wirklich auch der Klassiker ist, der auch häufig ist und es da auch noch einige Spannendes zu sagen gibt. Der wichtigste Verwechslungspartner vom Steinpilz ist der Gallenröhrling. Wir schauen uns mal an, woran man die erkennt und wie man die beiden voneinander unterscheiden kann. Vorneweg gesagt, es gibt erstaunlich viele Steinpilzarten bei uns in Deutschland. Es gibt den Fichtensteinpilz, den Kiefernsteinpilz, den Sommersteinpilz, den Dunkelhütigensteinpilz, den Gelbensteinpilz, also der Laubwald-Anhängselröhrling. Also da gibt es echt einige. Für den Otto-Normalpilz-Sammler sind vor allem der Fichtensteinpilz der wichtigste. Der Fichtensteinpilz wächst, wie der Name sagt, vor allem bei Fichten, kann aber auch bei Laubbäumen wachsen. Und er hat, wie ihr es auf dem Foto sehen könnt, einen braunen Hut und einen weißen Stiel. Jungen sind die oft ziemlich fest. Im Alter werden sie dann, wie alle Röhrlinge, ziemlich weich. Die Röhren beim Steinpilz sind sehr wichtig zu kennen, denn Jungen hat der Steinpilz weiße Röhren. Die erkennt man dann auch oft kaum als Röhren. Und wenn er alt wird, dann wird er gelb. Und wenn er ganz alt ist, dann werden sie olivfarben. Das gilt übrigens für alle die Steinpilze, die ich eben genannt habe. Also der Fichtensteinpilz, der Sommersteinpilz und der Kiefernsteinpilz. Hier kann man die Steinpilze und den Gallenröhrling schon voneinander abgrenzen. Denn der Gallenröhrling, der hat Jung auch weiße Röhren. Im Alter werden die dann aber rosafarben. Das ist der einzige Röhrling bei uns in Mitteleuropa, der rösane Röhren hat. Ein weiterer Unterschied zwischen beiden ist der Stiel. Eben habe ich es ja schon erwähnt, Steinpilze haben immer ein weißes Netz an der Stielspitze und der Gallenröhrling hat ein braunes Netz. Und das dritte todsichere Unterscheidungskriterium wäre dann der Geschmack. Steinpilze schmecken immer mild, während der Gallenröhrling eklig-bitter schmeckt. Die beiden anderen Steinpilze, die wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Der Sommersteinpilz ist so der typische Steinpilz, der im Laubwald wächst. Und wie der Name auch sagt, er ist tendenziell eher etwas früher im Jahr da als die anderen. Ich muss zugeben, ich finde den nicht so besonders oft. Und wenn ich ihn finde, waren meist schon andere Pilzsammler da. Ich finde den vor allem in so Buchen- und Eichenwäldern. Man kann den vom Fichtensteinpilz dadurch unterscheiden. Der Fichtensteinpilz hat immer so einen weißen Hutrand. Schaut auf das Foto. Während der Sommersteinpilz das nicht hat. Der dritte im Bunde ist der Kiefernsteinpilz. Den habe ich bisher ein einziges Mal in meinem Leben nur gefunden. Der hat einen richtig schönen, so bronze-kupferfarbenen Hut und wächst halt nur bei Kiefern. Ach, das waren ja jetzt schon eine ganze Menge an Dickröhrlingen. Ich hätte da noch einen, den können wir auch unten einblenden. Den habe ich neulich entdeckt, weil den wahrscheinlich irgendein anderer Pilzsammler für einen Steinpilz gehalten hat. Hat den dann liegen lassen, weil er doch ein bisschen anders aussah. Und zwar den Laubwald-Anhängselröhrling. Schon relativ selten, aber das finde ich ist auch ein richtig schöner Röhrling. Eigentlich auch ein Speisepilz, aber laut Bundesartenschutzverordnung geschützt. Das heißt, man darf ihn eigentlich nicht entnehmen. Da hatte ich jetzt mal Glück, dass ich davon eine gute Aufnahme machen konnte. Und ihr seht jetzt auch schon, das was wir jetzt umrissen haben, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also es gibt noch ganz viele weitere Dickröhrlinge, die auch mega schön sind und mega spannend. Aber wir haben uns jetzt mal auf die wichtigsten für Speisepilz-Sammlerinnen und Sammler fokussiert. Gut, dann wollen wir mal das Thema Dickröhrlinge erstmal beiseite schieben. Darüber haben wir jetzt viel gehört von dir. Es ist auch wirklich ein kompliziertes Thema. Das kann man nicht in so zwei, drei Sätzen abhandeln. Ja, das stimmt. Was denkst du, sollen wir mit den Rauschstielröhrlingen weitermachen? Machen wir mit den Rauschstielröhrlingen weiter. Die sind deutlich entspannter und da kann man gar nichts falsch machen. Nämlich es gibt in Deutschland keinen giftigen Rauschstielröhrling. Die sind alle essbar. Was ich bei den Rauschstielröhrlingen mega interessant finde, die sind auch so ganz speziell an bestimmte Baumpartner gebunden. Also zum Beispiel die Birkenrotkappe ist ja so ein ganz bekannter Pilz. Oder die Espenrotkappe. Eben habe ich ja schon erwähnt, woran man die Rauschstielröhrlinge erkennt. Es ist dieser raue Stiel, der im Verhältnis zum Hut bei denen wirklich auffällig lang ist. Im Hutdurchmesser sind die oft eher kleiner als die Dickröhrlinge, aber der Stiel ist deutlich, deutlich länger. Typische Begleitbäume von Rauschstielröhrlingen sind zum Beispiel die Zitterpappel, also die Espe, die Birke, die Eiche. Es gibt auch welche, die bei Fichten wachsen und auch bei Hainbuchen zum Beispiel. Dann schauen wir uns da einfach mal nur die wichtigsten an. Der Birkenpilz ist der häufigste der Rauschstielröhrlinge. Der hat einen braunen Hut und einen weißen Stiel, der schwarz beflockt ist. Ein ganz typisches Kennzeichen, was alle Rauschstielröhrlinge gemeinsam haben, ist, dass sie jung weiße Röhren haben. Im Alter werden die dann aber so hellbraun. Das sind die einzigen Röhrlinge, die braune Röhren haben. Übrigens diese ganzen Farbveränderungen, bei Dickröhrlingen war das ja von zum Beispiel Gelb oder Weiß zu Olivfarben und jetzt bei den Rauschstielröhrlingen von Weiß zu Braun. Das liegt daran, dass die Sporen reif werden und dann aus diesen Röhren rausfallen und dann färben die die Röhren in der Farbe der Sporen. In dem Fall haben die Sporen eine braune Farbe und deswegen werden die Röhren dann auch braun. Den Birkenpilz habe ich schon erwähnt. Bei Birken gibt es auch noch die Birkenrotkappe. Die ist bei uns inzwischen leider nicht mehr ganz so häufig. In Skandinavien gibt es die noch relativ oft. Die Birkenrotkappe sieht eigentlich aus wie der Birkenpilz. Hat auch einen weißen Stiel mit schwarzen Schüppchen. Aber die Hutfarbe ist anders. Die hat so eine orange-rote Hutfarbe. Sehr schöner, toll anzusehender Pilz. Dann gibt es noch die Espenrotkappe oder Weißstielige Rotkappe genannt. Jung sind die Stiele bei der Espenrotkappe wirklich rein weiß. Und im Alter kriegen diese Schüppchen dann so eine rötliche Farbe. Und das typische Wachstum bei Espen, bei Zitterpappeln. Dann gibt es noch die Eichenrotkappe. Die ist ziemlich selten. Der Hut bei der Eichenrotkappe ist ziemlich dunkelrot. Der ist deutlich dunkelroter als bei anderen Rotkappen. Und die Schüppchen haben auch so eine rote Farbe am Stiel. Ja, und das waren eigentlich schon so die wichtigsten Rausstielröhrlinge. Wie gesagt, alle sind essbar. Das heißt, wenn ihr einen Rausstielröhrling erkennen könnt, dann habt ihr einen Speisepilz gefunden. Wichtigstes Erkennungszeichen sind die langen, zylindrischen Stiele. Und die Röhren, die sind ja jungweiß und im Alter dann so hellbrahn. Ja, jetzt wo wir diese beiden Gruppen durchhaben, will ich nochmal einwerfen, was sehr wenige Leute wahrscheinlich wissen, dass die Steinpilze aus den Dickröhrlingen und die Rausstielröhrlinge auch geschützte Pilze sind. Heißt aber nicht, dass man sie gar nicht entnehmen darf, sondern nur so ein Kilo pro Tag und pro Person. Das ist zwar auch ganz schön viel, aber da sollte man sich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Das hat jetzt verschiedene Gründe. Ein paar von denen sind relativ selten, andere sind häufiger. Die sind wahrscheinlich gerade wegen ihrer Häufigkeit geschützt, damit nicht einer gleich alle einsammelt, weil die ja auch sehr einfach zu erkennen sind. Ja, super. Denkt dran, Leute. Rücksichtsvoll sammeln und nicht die Natur ausbeuten. Das wollen wir ja nicht. Ja, dann sind wir schon so langsam auf der Zielgeraden. Schauen wir uns die Schmierröhrlinge nochmal genauer an. Oder was meinst du, Tobi? Denk auch. Dann muss ich dich jetzt mal testen. Was ist denn das einzige Erkennungszeichen, was nur Schmierröhrlinge haben und alle anderen Röhlinge nicht? Ich würde mal sagen, die haben Rinn. Richtig, genau. Zumindest die meisten. Ja, die Schmierröhrlinge sind die einzigen Röhrlinge, die einen Ring um den Stiel haben. Bei Lamellenpilzen, da ist es ja ganz typisch, zum Beispiel bei Champignons, bei Riesenschirmlingen oder bei Knollenblätterpilzen. Aber auch bei den Röhrlingen gibt es Pilze mit Ring. Und das sind die Schmierröhrlinge, wie der Tobi schon richtig gesagt hat. Die Schmierröhrlinge haben außerdem, habe ich am Anfang erwähnt, immer einen schmierigen bis schleimigen Hut. Sie wachsen nur bei Nadelbäumen. Als wichtigste Begleitbäume sind hier die Lärche und die Kiefer zu nennen. Bei Kiefern wächst zum Beispiel der Butterpilz, bei Lärchen wächst der Goldröhrling, der Hohlfußröhrling oder der graue Lärchenröhrling. Was kann man sonst noch zu den Schmierröhrlingen sagen? Vom Erscheinungsbild her wirken die Schmierröhrlinge so wie Rauschiröhrlinge, nur dass sie keine so langen, auffälligen Stiele haben. Die sind kürzer und dieser schleimige Hut ist wirklich sehr auffällig. Im Zweifelsfall im Feld, wenn ich mir mal unsicher bin, ich habe immer eine Flasche Wasser dabei und dann kippe ich den über den Pilz drüber und wenn der Hut dann so schleimig wird, dann habe ich den Schmierröhrling entlarvt. Bei den Schmierröhrlingen kann man sich auch merken, alle Schmierröhrlinge sind essbar. Es gibt keinen giftigen Schmierröhrling hier bei uns in Deutschland. Und ich finde, von den Farben her sind die Schmierröhrlinge relativ variabel tatsächlich, machen da kein so eindeutiges Bild. Aber generell kann man sich das merken, wenn man einen Röhrling mit einem schmierigen Hut bei Kiefern oder bei Lärchen findet, dann ist es in aller Wahrscheinlichkeit ein Schmierröhrling. Zur Zubereitung kann man hier noch anmerken, dass das bei den Schmierröhrlingen ein bisschen aufwendiger, ein bisschen nerviger ist, denn diese Huthaut, die sollte man vorher abziehen, da das sonst eine steimige, schmierige Angelegenheit im Essen wird. Das ist natürlich mehr Arbeit, mehr Aufwand und heutzutage haben wir ja alle kaum noch Zeit für irgendwas, muss man dann halt selber wissen. Ich finde gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viele Pilzarten kennt und nur bei den Röhrlingen sammeln möchte, ist das eine gute Alternative, einfach mal um noch mehr Pilze kennenzulernen. Und es ist auch gut, um Selbstvertrauen aufzubauen, da es hier ja einfach keine giftigen Pilze gibt bei den Schmierröhrlingen. Aber muss jeder selber wissen. Also ich sammle die nur noch dann, wenn ich sonst nichts anderes mehr finde. Ich finde die ganz lecker eigentlich. Anders als die Gattung, die jetzt gleich noch kommt. Ja, das stimmt. Also bei dir gibt es ja auch echt viele Kiefern. Und bei mir gibt es nicht so viele. Welcher schmeckt dir denn am besten? Der Kuhröhrling? Tatsächlich eigentlich der Goldröhrling. Das ist auch meistens einer der Ersten, der so erscheint in mir bei mir. Der ist auch super zuverlässig. Zuverlässig, immer bei Lärschen. Kann man wenig falsch machen, das stimmt. Hast du einen Zubereitungstipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Also eigentlich mache ich den mal ganz normal in der Pfanne. Aber wie du schon gesagt hast, Huthaut vorher abziehen. Das machst du schon, oder? Das mache ich auf jeden Fall. Und ich mache es auch lieber direkt im Wald. Weil wenn ich das dann alles zusammen im Körbchen habe, dann sind alle Pilze einfach vollgeschleimt. Und es klebt noch super viel Dreck dran. Das ist dann schon richtig widerlich. Also ich mache das meistens gleich ab. Und dann im Mischgericht. Also das sind meistens noch andere Pilze bei. Dann ist das ja eigentlich richtig entspannt. Wenn du die Huthaut im Wald schon abgemacht hast. Dann kann da nichts mehr viel schief gehen. Röhren machst du auch ab? Selten. Also ich lasse dran. Meine Freundin will sie immer abhaben. Das sind dann ein bisschen schleimiger. Das ist ja generell so bei den Röhrlingen. Ja, zur Zubereitung und allgemein so, was die Essensbewertung angeht, können wir am Schluss ja noch was Genaueres zu den Gruppen sagen. Gut, ich hatte es ja gerade schon gesagt. Jetzt kommt die letzte Gruppe, die mir nicht ganz so gut schmeckt. Die Filzröhrlinge. Ich finde, die Filzröhrlinge sind auch so als Gruppe ein bisschen schwer zu fassen. Hier sind vor allem die Rotfußröhrlinge zu nennen. Das sind so die wichtigsten und häufigsten Vertreter von dieser Gruppe. Der Maronenröhrling, der ja auch ein ganz bekannter Speisepilz ist, ist auch am ehesten hier in dieser Gruppe einzuordnen. Ich finde, die Filzröhrlinge sind den Schmierröhrlingen im Habitus relativ ähnlich. Das heißt, es sind auch ein bisschen kleinere Pilze mit nicht so langen, aber recht dünnen zylindrischen Stielen. Der Hutdurchmesser ist auch so, würde ich sagen, so zwischen 3 und 10 Zentimetern. Die meisten Filzröhrlinge blauen bei Berührung und beim Durchschneiden. Greifen wir uns mal den Maronenröhrling und die Rotfußröhrlinge als Vertreter von dieser Gruppe genauer raus. Der Maronenröhrling ist ein Begleitpilz der Fichte. Die Hutfarbe des Maronenröhrlings ist so dunkelbraun, kastanienbraun. Die Röhren sind jungweißlich bis gelblich und im Alter olivfarben olivgrün. Und das wichtigste Erkennungszeichen bei der Marone ist wieder am Stiel zu finden. Das ist so ein gelber Stiel, der so bräunlich überfasert ist. Oft wird die Marone mit dem Steinpilz verwechselt. Das kann man dadurch verhindern, dass man auf das weiße Netz achtet. Und wenn der Pilz kein weißes Netz am Stiel, sondern so braune Rillen hat, dann ist es eine Marone. Für eine Verwechslung von den beiden Pilzen ist allerdings auch nicht schlimm, da beide essbar sind. Die Rotfußröhrlinge sind vom Erscheinungsbild der Marone ziemlich ähnlich, haben allerdings andere Farben. Der Rotfußröhrling hat, wie der Name schon sagt, einen roten Fuß. Also der Stiel ist am unteren Ende, an der sogenannten Stielbasis. Rötlich überhaucht. So richtig kirschrote Farbe hat er da. Auch ein typisches Erkennungszeichen sind so eine feldrig aufreißende Huthaut und bei Schneckenfraß so rot umrandete Fraßstellen. Es gibt viele verschiedene Rotfußröhrlingsarten. Der wichtigste ist der gemeine Rotfußröhrling, der auch ziemlich häufig ist. Gerade so im Buchenwald zum Beispiel. Es gibt auch noch den Herbstrotfußröhrling, der nicht aufreißt, feldrig. Da gibt es wirklich einige verschiedene Arten und das wird uns hier jetzt eindeutig zu weit führen. Der Geruch der Rotfußröhrlinge ist meistens so säuerlich. Im Zusammenhang mit den Filzröhrlingen möchte ich auch nochmal den Goldschimmel erwähnen. Denn der befällt ganz gerne alle Arten von Filzröhrlinge, auch die Marrone. Und das Tückische bei dem ist, der ist nicht immer wirklich Gold, so wie es der Name sagt. Das kommt erst später. Sondern am Anfang ist er fein weiß. Und gerade wenn er dann schon auf der Röhrenschicht bei so jungen Filzröhrlingen sich ausgebreitet hat, sieht man es kaum. Das finde ich immer ganz tricky. Da muss man echt immer nochmal genau aufpassen und sich die Pilze dann zu Hause auch nochmal genau anschauen, bevor man sie ins Essen packt, ob da nicht vielleicht doch ein bisschen schimmelige Pilze dabei sind. Das ist deswegen besonders wichtig, weil ja diese unechte Pilzvergiftung, also wo Pilze, die eigentlich essbar wären, die aber zu alt sind oder falsch zubereitet werden, nicht genug erhitzt werden und so, dass das ja die häufigste Pilzvergiftung in Deutschland ist. Das ist schnell mal passiert. Deswegen gut, dass du es nochmal erwähnst, dass man da einfach nicht im Stress Pilze sammelt und dass man auch wirklich jeden Pilz genauer anguckt und sich dieser Gefahr vom Goldschimmel bewusst ist. Puh, jetzt haben wir jetzt schon echt lange über die Röhlinge gequatscht, über die einzelnen Gruppen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal genauer auf den Speisewert drauf ein, oder? Weil der ganze Theoriekram, ich glaube, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dampft schon der Schädel. Marius, welche Pilze findest du denn so geschmacklich am besten von den Röhrlingen? Ich finde, was bei den Röhrlingen das Wichtigste ist, ist, dass man keine alten sammelt. Weil wenn die alt sind, dann sind die echt so richtig matschig und es macht keinen Spaß, sowas zu essen. Also finde ich, das ist so das Wichtigste. Also da darf man auch, wenn man als Anfänger vielleicht noch nicht so viele coole Pilze sammeln kann, trotzdem hier die herzliche Empfehlung, nur die jungen und frischen und knackigen zu sammeln. Weil die alten, die schmecken wie eingeschlafene Füße. Die sind ja dann auch oft von Maden schon befallen und auch so richtig matschig, wie du gesagt hast. Und eigentlich nur noch gut zum Aussporen, dass sie sich weiter verbreiten können. Am Anfang ist das einfach so, dass man halt auch einige Fehlschläge hat und man darf sich davon nicht verunsichern lassen oder verrückt machen lassen. Weil irgendwann ist man dann an einem Punkt, da kennt man dann so viele Speisepilze, dass man dann immer irgendwas Leckeres, Essbares mitnehmen kann. Und man hat da wirklich keine Freude an diesen alten Dingen. Und welche magst du jetzt besonders? Mir schmecken die Marone, der Steinpilz und der flockenstilige Hexenröhrling somit am besten. Okay, zu den Filzröhrlingen habe ich meine Meinung ja schon geäußert. Also da mag ich eigentlich gar keinen, auch die Marone nicht. Ist keine Ausnahme da. Ja, aber das ist ja wirklich Geschmacksache. Und Steinpilze geht tatsächlich so. Frisch mag ich die nicht so gerne. Das sind ja auch welche, die man roh essen kann im Vergleich zu anderen Pilzen. Das ist ja schon mal ein Unterscheidungsmerkmal. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist dann schön so im Carpaccio, also so in ganz feine Streifen geschnitten, mit ein bisschen Öl und sonst was drüber. Aber ansonsten finde ich, kommt das Aroma erst zur Geltung, wenn die getrocknet waren. Da mache ich ganz gerne so Pilzpulver draus, welche ich tatsächlich am liebsten so direkt in der Pfanne mache. Das sind die flockenstiligen Hexenröhrlinge und die Goldröhrlinge oder beziehungsweise die Lärchenröhrlinge. Die mag ich eigentlich am liebsten vom Geschmack. Cool. Ja, das hört sich echt gut an. Okay, ich würde sagen, jetzt kommen wir so langsam mal zum Ende. Wir haben jetzt ja schon echt viel gelernt heute, würde ich sagen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wo ihr uns finden könnt, verlinken wir euch in der Beschreibung. Meine Seiten befinden sich alle noch so ein bisschen im Aufbau. Das ergänze ich dann nach und nach. Ich biete dieses Jahr auch zum ersten Mal Pilzseminare für Anfängerinnen an in meiner Region. In der Südpfalz. Genau, in der Südpfalz. Ich freue mich, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Wenn ihr uns Rückmeldung geben wollt zu dieser Folge, die habe ich, die habe ich ja geplant, dann schreibt mir unter marius-seiler at posteo.de. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr mir auch auf YouTube folgen. Da heißt ich Probieren geht über Studieren. Oder ihr findet mich auf Instagram bei Probieren statt Studieren. Ich biete in meiner Heimat, dem Saarland, auch Pilzseminare und geführte Pilzwanderungen an. Dieses Jahr mache ich sogar zum ersten Mal auch einen Pilzurlaub. Der Tobi kommt da auch mit. Wir gehen dann von Kaiserslautern bis Neustadt durch den Pfälzer Wald und sammeln nebenbei ganz viele coole Pilze. Das ist allerdings auch eine sportliche Herausforderung. Da gehen wir nämlich 18 und 21 Kilometer Etappen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut mal auf meiner Internetseite vorbei. Findet ihr auch in der Beschreibung von dem Podcast. Das war jetzt natürlich auch unsere erste Folge. Also seid nicht allzu streng mit uns. Wir sind jetzt noch am Anfang und wir müssen uns da jetzt auch erstmal reinfuchsen. Wir hoffen trotzdem, dass es interessant für euch war. Und dann würde ich sagen, danke für euer Interesse und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.